Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man einen misslungenen Weißabgleich korrigiert und auch die Farben korrigiert. Also ich war hier an einem See und wollte dieses Motiv festhalten und dazu habe ich folgendes gemacht. Ich habe einen ND-Filter aufgeschraubt, damit die Wasseroberfläche möglichst glatt wird und sich gut spiegelt. Damit erreiche ich eine höhere Verschlusszeit und somit eine glatte Wasseroberfläche. Bei mir passiert es dann aber öfter, vielleicht ist das bei euch auch so, und zwar fotografiere ich eigentlich mit einem Auto-Weißabgleich. Der funktioniert auch in den meisten Situationen, aber wenn ich lange Belichtungszeiten nehme, verhaut er sich oftmals. Manchmal auch, wenn man in Innenräumen bei entsprechender Beleuchtung fotografiert, dann werden manchmal die Farben so komisch. Und für all diese Fälle ist jetzt dieses Video gedacht. Ich werde also dieses Foto wie üblich bearbeiten, aber hier insbesondere auf die Probleme mit den Farben eingehen. Zuerst eine Kleinigkeit. Dieser Horizont hier ist nicht ganz gerade. Das werde ich erstmal korrigieren. Das geht hier über das Zuschneidewerkzeug. Wobei ich mir auch gleich das Landschaftsformat 16 zu 9 aussuche und gehe jetzt auf Begradigen und ziehe einfach einen Punkt am Horizont. Gedrückte Maustaste bis hierhin und wenn ich loslasse, wird es gedreht. Und wenn ich jetzt auf Enter drücke, automatisch zugeschnitten. Dann fange ich jetzt mit dem Weißabgleich an. Den finde ich hier unter Anpassungsebenen und gleich oben ist der Weißabgleich. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man herangehen kann. Erstens, ich kann wieder ein automatisiertes Verfahren wählen. Also hier ist jetzt jeder Slider auf 0 und ich kann jetzt die Temperatur und die Tönung manuell einstellen. Das mache ich in der Regel auch. Aber man kann auch technisch vorgehen. Die Pipette wählen und wählt jetzt einen Punkt, der weiß ist. Das wäre der hier. Und dann sehen wir, dass sich dieser Weißabgleich hier entsprechend anpasst. Meiner Meinung nach reicht das aber nicht. Insofern gehe ich jetzt hier manuell mit meinem Auge vor. Wobei das natürlich dann auch wieder eine Geschmacksfrage ist, weil es einen Bildlook man haben will. Also ich gehe jetzt hier mal ordentlich ins Kalte hinein. Denn insgesamt war ja alles viel zu braunlastig. Also sprich zu warm. Entsprechend habe ich jetzt die Rottöne rausgenommen und mache es kälter. Und auch ein bisschen von dem Grün nehme ich weg. Denn ich finde, dass hier irgendwie so ein kleiner Violettstich in den Bäumen zumindest drin ist. Gehe ich jetzt ein klein bisschen runter und finde jetzt die Bäume besser gelungen. Also alleine durch diese Maßnahme haben wir das Bild schon ordentlich verbessert. Eine Herausforderung ist hier, dass wir von den ganz hellen Tönen, nämlich hier oben der Schnee, der auch noch von der Sonne angestrahlt wird, bis in den Schatten hinein alle Helligkeitsstufen haben. Ich gucke mal, ob man etwas mit der Tonwertkorrektur erreichen kann und sehe nämlich, dass noch ein klein bisschen Luft bei den hellen Tönen ist. Also ich werde ihn mal ein klein bisschen noch aufhellen. Nicht zu sehr, weil dann brennt es oben aus. Ich kann es ja mal ranzoomen, um das zu zeigen. So ist die Ausgangsposition. Und ich würde sagen, so ein klein bisschen kann man hier noch was machen. So, das ist jetzt minimal, aber für meinen Geschmack musste das sein. Also mit dem Berg bin ich jetzt erstmal zufrieden. Da möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel verändern. Bei dem Rest schon. Ich finde, beim Himmel kann man noch ein bisschen was rausholen. Bei den Bäumen, naja, und hier sowieso. Ich fange mal an, das Ganze hier ein bisschen mehr dynamischer wirken zu lassen, mit ein bisschen mehr Kontrast. Und dazu nehme ich den Live-Filter Klarheit. Dazu muss man erstmal die Ausgangsebene anwählen. Und wähle dann den Filter Klarheit. Jetzt lasse ich, wie gesagt, den Berg außer Acht und sehe mir den Rest an und finde, dass man ordentlich hoch rangehen kann. Also durchaus so. Diesen Effekt, der ja scharf zeichnet und Kontraste gibt, möchte ich jetzt nicht hier oben auf den Berg und möchte ich auch nicht auf das Wasser. Weil das kriegt ja jetzt tatsächlich jetzt hier mehr Zeichnungen. Und genau das wollte ich ja mit den ND-Filter erreichen, dass die nicht da ist. Also maskiere ich wieder was raus. Nehme mir also ein Pinsel. Farbe schwarz, relativ weich. Und pinsel erst aus diesen Bereichen diesen Effekt wieder raus. Ja, nun wollte ich ja hier für einen Vordergrund sorgen, nämlich hier diese Holzbohle und diesen Steg. Die liegen allerdings im Schatten und sind hier sehr dunkel. Die möchte ich jetzt ein bisschen aufhellen. Das mache ich mit einer Belichtungsebene. Und achte jetzt auch mal nur auf diese sehr dunklen Bereiche. Der Rest wird jetzt sowieso ausbrennen. Und gucke mal, wie hoch ich hier rangehen kann. Der Berg ist jetzt so gesehen weg. Aber ich würde sagen, dass dieser Wert jetzt auf dem Holz ganz gut wirkt. Ich werde jetzt diese Maske invertieren. Nehme mir wieder einen Pinsel. Farbe weiß. 100% Deckkraft. Und werde jetzt dieses Holz mir heller malen. So, jetzt bin ich hier rübergekommen. Man kann auch eine Auswahl machen. Das halte ich jetzt in dem Fall für nicht erforderlich. Aber es wäre auch ein Weg. Was auch geht, ist nämlich, dass man gerade Linien zieht, indem man einmal klickt, zum nächsten Punkt geht, die Umschalttaste drückt und nochmal klickt. Dann kriegt man nämlich auch gerade Linien und in dem Fall funktioniert das mit der Auswahl dann eigentlich auch ganz gut. Auch das mache ich ja an dieser Stelle nochmal. Aber man könnte sicherlich auch ein bisschen ordentlich hervorgehen. Jetzt mache ich den unteren Teil hier noch. Aber der liegt nun tatsächlich ziemlich im Dunkeln. Ich zeige hierzu mal das vorher und nachher. Ja, da haben wir jetzt einiges rausgeholt. Ich würde hier noch ein bisschen was rausholen. Die Tannen sind mir doch ein bisschen zu dunkel. Allerdings nicht mit voller Deckkraft. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen saghafter ran. Ich gehe mal erstmal auf 30% und probiere nur mal. Es soll ja dunkel bleiben, aber vielleicht nicht mehr ganz so dunkel. Was auch ein Weg ist, um den Schatten aufzuhellen, ist, dass man selektiv aufhält. Ich zeige es mal. Man kann dazu die Gradationskurven nehmen. Und jetzt werden hier die verschiedenen Farb- und natürlich auch Helligkeitsbereiche abgebildet. Und wir sehen, dass wir hier ganz viel im Dunkeln haben. Nur um das Dunkle will ich mich ja kümmern. Jetzt könnte ich einfach jetzt hier irgendwo rangehen und das heller ziehen. Dann erreicht man allerdings auch, wenn man jetzt hier oben den Berg sieht, weil sich ja so ein Bogen bildet, dass alles heller wird. Das will ich also nicht. Also blockiere ich diesen Punkt, blockiere auch noch ein bisschen weiter unten und auch hier. Und probiere mal und gehe jetzt nur mit diesem Bereich hoch. Soll aufpassen, weil auch so komische Farben möglicherweise entstehen. Aber würde sagen, dass man hier so rangehen kann. Ich zeige mal den Effekt. Wir haben jetzt die dunkleren Töne etwas aufgehellt, ohne den Rest aufzuhellen. Jetzt würde ich tatsächlich sagen, dass dieser Bereich hier eigentlich so mein Blickfang ist. Und ich möchte den Blick auch dorthin lenken. Und das erreiche ich, indem dieser Bereich hier heller wird. Also mache ich nochmal eine Belichtungsanpassung. Und gucke jetzt mal nur hier auf diesen Bereich so, wie hell es wird. So, da verkraftet es ordentlich. Also ich gehe mal ruhig so hoch ran. Das bedeutet natürlich, dass hier ungleich viel alles ausgebrannt ist. Also invertiere ich das Ganze wie gehabt. Ich nehme jetzt wieder einen Pinsel, Farbe weiß, um hier wieder selektiv was reinzumalen. Und dazu muss ich dann die Deckkraft erhöhen des Pinsels zu 100%. Mache das ganz weich und sage jetzt so, hier dieser Bereich soll jetzt mein Blickfang werden. Bei der Gelegenheit könnte man, wenn man will, auch den Vordergrund nochmal ein bisschen aufhellen. Ich zeige es nochmal mit einer geringeren Deckkraft. Was man noch machen kann, ist insgesamt ein bisschen Kontrast. Da gehe ich jetzt ganz einfach vor und nehme die Helligkeit und Kontrastebene. Und ziehe ein klein bisschen den Kontrast hoch. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit den Bäumen. Die haben immer noch eine Farbe, die nicht so richtig grün ist. Also vielleicht sind sie es auch gar nicht, aber ich stelle mir die jetzt ein bisschen grüner vor. Und das möchte ich jetzt mit einer selektiven Farbkorrektur verändern. Und dort muss ich jetzt die Farbe auswählen, die ich verändern will. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, ich will grün verändern. Also muss ich grün auswählen. Nein, das Grün ist ja schon drin. Und es soll ja aus meiner Sicht auch bleiben. Ich möchte es ja verstärken. Eigentlich finde ich, ist zu viel Gelb drin. Und wenn ich das Gelb entsprechend verändere, erreiche ich damit ja mehr Grün. Und das geht, indem man bei den Gelbtönen den Magenta-Anteil reduziert. So, jetzt wird es ordentlich grüner. Was man noch machen kann, um den Himmel ein bisschen kräftiger zu machen, ist, dass man oben den Himmel ein klein bisschen abdunkelt. Ich mache also nochmal eine Belichtungsebene und ziehe oben dunkler. Ich achte also wirklich jetzt gerade nur auf oben, sagen wir mal so. Und nehme jetzt ein Verlaufswerkzeug, sodass sich diese Veränderung nur auf den oberen Bereich auswirkt. Ich kann hier nochmal reingehen und die Einstellung wieder anpassen. Und würde sagen, so sieht es eigentlich ganz gut aus. So, das wäre mein Vorschlag, wie man diesen misslungenen Farbabgleich insgesamt hier nochmal verbessern kann. Also, ich zeige mal ein Vorher-Nachher. So haben wir begonnen. Und das ist das Ergebnis. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack.